Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen Mario Kart, Marvin ist wieder dabei, wir starten rein. Let's go mit Ö. Ich habe jetzt ein pinkes Kart. Ja? Hm. Ich bin Pink Lady jetzt. Warum kriege ich eine rote ab von einem achten? Hä? Als ob der nicht springt. Was? Der hat dich gebumst. Oh mein Gott. Als ob er eine rote nach hinten wirft. Ist das hier schon wieder für eine ehrenlose Lobby. Marvin. Hä? Oh, was? So. Blaue zur Seite. Hab Scheiße im Gesicht. Was? So ein Hund. Wie habe ich das überlebt? Drecks. Was ist das? Warum kriege ich nur einen Pilz? Was ist das für ein Scam? Ernsthaft? Was ist das noch von der Roten getroffen? Ernsthaft? Ah ne, die Kombos sind irgendwie nicht so geil. Finde ich. Nicht? Ne, irgendwie. Musst du mal respecken. So, rein in Rennen 2. Kann nur besser werden. Jetzt haben wir wieder die alte Comp. Jetzt können wir wieder Wall hacken hier. Gehen wir uns ein paar Items. Marvin günstig Banane. Oh, Alter. Wie er da rumdriftet. Irrer. Als ob die zu dir durchgeht. Was war das denn für ein Scam? Hä? Die war von dem Hintermann. Ja, fahr da rein, du Idiot. Erster, zweiter Platz. Secure und war. Wir machen jetzt hier einen Riegel. Hä? Jetzt habe ich das Item nicht bekommen. Hier sollen sie erstmal durchkommen. Durch 1, 2. Die Plaps. Guck mal, was für einen Vorsprung wir schon haben. Aber hier mit dem Babys Driften ist auch geil. Ja, bestimmt. Oh mein Gott. Sind hierfür optimal. Guck mal, hier 2, 1. Oh, nicht mehr schnell genug bekommen. Hat er mich abgeschossen. Ich schreckt blauer. Jetzt gut, ich falle 2, 1, 2, 3. Vorsicht, Banane. Warum fahre ich auch in der Aufnahme? Kann ja auch auf meinem Fernseher fahren. In der Aufnahme ist ja verzögert. Oh, als ob der... Machst du das? Ne, ich habe eine Rote. Ich habe keine Fallbund. Das war Jacko, die Sau. Da ist noch eine Rote da hinten. Oh mein Gott. Ah, Jacko hat abgefuckt zum Ende. Ich hatte Glück gehabt, dass er da nicht auch noch in meine Banane gefahren ist. Ein Bab. Ja, ist doch ein Bab. Die Strecke ist auch so geil zum Würften. Lieber die. Komm, jetzt fahr mal meine Banane rein. Geht doch. Mein Gott, der fuck mich die ganze Zeit schon ab hier. Der scheiß Holländer. Der fliegende Holländer. Ach, ich kriege nur Münze als Zweiter und wäre von der Roten getroffen oder was. Und dann noch von der Strecke geschubst. Was ist das denn? Jetzt, ach, jetzt kriege ich wieder alles in den Arsch geblasen. Und der bleibt wieder hinten stehen. Holländer. Nicht so fliegend. Ja, so der stehende Holländer. Komm her. Was macht's? Ja. Bye. du warst erster die kamen von hinter mir noch und ich war schon sechster sie muss schon sehr weit von hinten kommen habe zwei rote aber schießt jetzt mal nicht jetzt denke ich noch mal eine rote funktioniert ich schieße aber noch mal vorher nach hinten sehr gut habe den dritten platz eigentlich abgesichert also erster erster also blau ich sehe halt nix kann ihn noch abpacken theoretisch ich habe mich selber abgefuckt ich habe mich nicht abgefuckt nein was okay ich habe nur nach hinten geguckt und sicher dass du dir damit komplett weg trötest da haben wir auch eine baube nach vorne geschmissen und da wäre ich fast selbst so ein dritter so haben sie aber schon wieder spekuliert gehabt also fast zwei kamen 2020 raus da ist noch kein spekuliert oder nicht oder ähnliches war nicht mal in deiner nähe also wohnen in deiner nähe aber der dsing aller fuchs fährst einfach in meiner stelle ran ok die ist ja übel verwirrend gespielt habe ich ja noch nie gespielt ich habe jetzt die abkürzung auch gar nicht gecheckt ich auch nicht ich kann mich auch nicht aber wie du sagst ich kann mich auch nicht erinnern dass ich die maor war wenn du bist ein dreckiger ich war direkt hinter dir haben wir nicht erinnern dass ich die mal gespiegelt gespielt hat aber hier muss man jetzt links links und dann rechts das macht völlig fertig ich gucke schon wieder eine aufnahme ist das verzögert verzögert und leckt manchmal halt weiter hier mit ihrem scheiß feuer schon wieder blauer als eine banane ist kannst du dir ja noch vor die flinte werfen wir vor die flinte ja und dann durch die banane fahren dann deutsch für die blaue ja wo das ist ja das macht da nur immer habe ich mir abgeguckt aber setzt sich auch noch nicht so um ist aber auch recht schwierig da muss hat man über eine namen dann muss das machen und brauchst hat mir gerade strecke und wenn er gerade so in der kohle ist wir haben so einen vorsprung oh mein gott das ist gut für mich ich weiß also auch so nicht mehr ankommen weiß ich will nehmen die ja komplett haupt hier gerade die lobby irgendwie schon zu easy spotten die sprotten die kinder wussten heute nicht was ein heim ist sich die mal erklären was ein heim ist ja so ein gras heim oder strom ja so ein gras heim aber das nur als heim zu bezeichnen ist jetzt vielleicht auf die stelle auch nicht was du meinst na gut wir hatten ein bild dazu ist nämlich ein gras aussieht die hatten als als pflanze bezeichnet wahrscheinlich das war so ein getreide heim sowieso weiß heim als ob ich jetzt hier lang geschubst wurde deine mutter günther hat es mit günthers mutter die war gut zu dir oder was das scheiße im bett dafür kein günther geld dafür dass du so schlecht ist oder was ja genau aber warum ist günther so schnell oh mein gott ich fahre aber auch wie sie ein besorbski aller oh mein gott aber dritte an vierter war wenn also oh vorsicht blauer blauen blaue wagen aber aber wagen 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 ja weil ich ein pilz hatte warum ist er so weit vorne der roi der roi boi roi Ich brauche noch mal eine Blube. Mit der Rocket in his Pocket. Oh no! Was machst du? Ja, ich fahre schlecht. Was soll das denn auf der geraden Strecke? Ne, ich habe da einen Trickjump gemacht. Von dem Dings. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich die mal gefahren bin. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber wie ist es hier? Oh, da kommt noch eine blaue. Das ist gut. Der wird zweimal gebummst. Der hat jetzt nichts zum Abwehren. Und jetzt hat er auch nichts zum Abwehren. Das heißt, wir werden erster, zweiter eigentlich. Schießen ab. Ich schieße dich ab. Und dann bin ich erster. Ja! Du Kuss. Oh mein Gott. Das war der Snitch-Woo 5.000. Boah, das war eine kleine Mieseratte. Aber das war wirklich... Ich dachte so verzweifelt, okay, ich schieße ihn ab, weil du ihm die Banane wegschießt. Aber da habe ich nicht kalkuliert, dass er ja dann trotzdem noch vor dir ist. Und dann ist es mit danach... Beim Abschießen ist mir aufgefallen, scheiße. Das war nicht so schlau. Da habe ich einfach so getan, als hätte man es gewollt gewesen. Okay, ihr Lieben. Das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein. Bis dann. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao. Bis dann. h